Der Fett sagt, sollte mich lieber auf guten Fuß erwischen und kiss das Schweinchen dick von hinten, als würd ich nur den Tunzen wickeln Wie wird mir schlimmer als in fucking Nahostgebieten? Kann passieren, dass ich mich in diesem Chaos verliere? Schalte ab und lass den ganzen Tag mein Smartphone vibrieren, muss ich erstmal finden, als hätte ich Fahndungspapiere Glaubt mir, niemand ist heute gerade wie die Lendenwirbelsäule, weshalb mir auch dieses komische Wort Menschenwürde neu ist Ich stehe bei euch, laden und ihr müsst Handküssen kommen, ihr belastet allerhöchstens durch das Bankdrücken konnten Ich könnt, wenn ich will, mir diese fucking Malediven kaufen, lasse euch halt auf den Strich nur so als Transiziden laufen Mach da ein paar Tiere und ich fertige daraus Fakade, jetzt während dessen wartest du, kick immer noch auf deine Jagdlizenz Meine ganze Akte ist ein makelloser Eintrag, setz auf mich, wenn du willst, dass ich deinen Jahresund verdreifacht Ich seh bald, wofür nutz ich denn die Tracklänge? Um von Lagen zu schildern, in denen ich verstecke Oder um zu sagen, wie geil ich mich selbst finde Nein, 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 steh mir bei oder lass es sein Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen, nur um dieses Foto dann in diesem Licht zu betrachten In diesem Licht zu betrachten Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen, nur um dieses Foto dann in diesem Licht zu betrachten In diesem Licht zu betrachten Junge, versuch mich gar nicht anzusprechen, ich verlass den Boden Was denkst du bitte, was ich tue, dein Bruder, ich bin abgehoben Was weißt du denn von meinem Leben, von wegen ein Kinderspirite Bitte nicht, als würden deine Probleme mich interessieren Ich bin der allergeistige Tränen Adler, Toskana Träu sein Auge nicht, als wäre ich ne Vater-Mogana Dolce Rapper gratuliere mir zum Vatertag und ich will sich gar keiner geben, so wie Magerquark Heute mach ich Zeitreisen mit Mike Tyson Steinzeiten, um Parken zu verteilen, so wie dieses Like-Zeichen Doch ich habe nur Mike Tyson dabei, denn der Junge wollte anschließend nochmal reinbeißen ins Fleisch Ich veranstalte dreckige Sachen, so wie ein Leichenschänder, um das zu stoppen hilft ja sicher auch kein Seifenspender Meine Arroganz ist auf das N-Level gebracht und wer mich heut noch abwackt, der bekommt nen Denkzentel verpasst Der T-Spalt, wofür nutze ich denn die Tracklänge? Um von Lagen zu schildern, in denen ich verstecke Oder um zu sagen, wie geil ich mich selbst finde Nein, 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 steh mir bei oder lass es sein Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen Nur um dieses Foto dann in diesem Licht zu betrachten In diesem Licht zu betrachten Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen Nur um dieses Foto dann in diesem Licht zu betrachten In diesem Licht zu betrachten Der T-Spalt, wofür nutze ich denn die Tracklänge? Um von Lagen zu schildern, in denen ich verstecke Oder um zu sagen, wie geil ich mich selbst finde Nein, 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 steh mir bei oder lass es sein Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen Nur um dieses Foto dann in diesem Licht zu betrachten In diesem Licht zu betrachten Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen Nur um dieses Foto dann in diesem Licht zu betrachten In diesem Licht zu betrachten Nicht zu betrachten Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen Mit 100 kmh durch die 60er-Zone, um mich blitzen zu lassen Vielen Dank.